Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwerke. Heute schaue ich mir mit euch die Artic P12 PWM PST RGB 0 dB an. Das sind neue Lüfter von Artic. Wir sind jetzt schon ein bisschen länger am Markt. Ich habe die auch schon länger hier liegen. Kommen wir aber jetzt leider erst dazu, die zu testen. Was die Lüfter besonders macht, ist, dass diese auch leuchten, wenn der Lüfter steht. Ihr die komplett runter regeln könnt. Also auf 0 Umdrehung, dementsprechend auch 0 Dezibel. Und ihr seht auch schon hier auf der Verpackung, dass es mit den gängigen Herstellern kompatibel ist. Also mit Asus Mainboards, MSI, Gigabyte, S-Rock. Ich teste das Ganze auf einem Gigabyte Mainboard in Zusammenhang mit dem Ice Giant. Also diesen riesigen CPU-Kühler. Da seht ihr nachher nochmal das Ganze, wenn es verbaut ist mit den Lüftern hier. Dann seht ihr auch, wie riesig dieser Kühler einfach ist. Und vergleichen werde ich das Ganze mit dem normalen Artic P12 PWM PST. Diese kosten 5 Euro rum und die aktuell 12 Euro. Und da kommt noch ein dritter Kandidat dazu. Und zwar sind das die Standard-Lüfter vom Ice Giant. Und dementsprechend haben wir dann drei Lüfter im Test. Alle Lüfter teste ich mit voller Drehzahl. Da das Ganze mit 10.900K getestet wird. Und der schon ein bisschen wärmer wird. Und der hat eine TDP von 200 Watt. Jetzt wird der eine oder andere sagen, der 10.900K hat ja keine TDP von 200 Watt. Aber ich muss dazu sagen, ich hebe das Ganze im BIOS auf. Also die Begrenzung. Dementsprechend darf er ja maximal schlucken, was er kann. Und dementsprechend sehen wir dann auch, wo denn hier überhaupt Unterschiede sind. Und ob überhaupt Unterschiede zu erkennen sind. Und ja, damit würde ich sagen, lasst uns mal anfangen. Ihr könnt ja jetzt mal sehen, wie das Ganze aussieht im Betrieb. Okay, die Lüfter habe ich jetzt auf blau gestellt. Übrigens sind das keine Addressable RGBs. Es sind 12 Volt RGBs. Das heißt, ja, es ist nicht so adressierbar steuerbar, wie es bei, wie der Name ja schon sagt, Addressable RGBs ist. Sondern, ja, es sind stinknormale RGB LEDs. Aber sieht da trotzdem schön aus, bin ich der Meinung. Vor allem, da der Effekt ziemlich weit mittig ist. Ich kann mal ein bisschen den Winkel ändern. Und ich kann auch mal die Farbeinstellung ändern. Ich lasse jetzt hier mal die Farben durchlaufen, damit ihr euch mal ein Bild davon machen könnt. Ich finde es auf jeden Fall sehr schick. Man muss natürlich Fan von einer RGB-Beleuchtung sein. Die Lüfter laufen gerade übrigens bei 100%. Man kann sie auch ausstellen. Das sollte klar sein. Ich lasse jetzt hier einmal komplett die Farben durchlaufen, wie ihr sehen könnt. Und im Übrigen kann man die Lüfter jetzt auch ausstellen. Und die leuchten dann trotzdem. Also ich halte jetzt mal einfach hier an. Und ihr seht, es leuchtet trotzdem. Dementsprechend ist das Ganze auf jeden Fall sehr cool. Auch wenn ihr einfach mal im Idle die Lüfter ausschalten möchtet, ist das hier machbar, ohne dass die RGB-Beleuchtung ausgeht. Das ist natürlich auch klar, weil wir einen separaten Anschluss haben. Dementsprechend ist es auch nicht so verwunderlich, dass das hier machbar ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal an, wie die Temperaturunterschiede sind zwischen den unterschiedlichen Lüftern. Was ich euch auch noch zeigen wollte, ist, dass man hier das Ganze in Reihe schalten kann. Also die Lüfter könnt ihr in Reihe schalten. Also auch die RGB-Beleuchtung. Nicht nur die Lüftersteuerung. Also ihr könnt hier nochmal, wenn ich es jetzt gerade finde. Hier ist der Stecker. Hier könnt ihr auch nochmal die Lüftersteuerung in Reihe schalten, wenn die Kamera dann scharf stellen würde. Naja, ihr könnt es erkennen, was ich meine. Und ja, dementsprechend ist das ziemlich cool. Das heißt, wir brauchen nur einen Anschluss aus dem Mainboard. Das ist ganz praktisch, weil die Mainboards ja meistens nur so roundabout vier Stück haben. Und davon sind auch nur zwei addressable. Dementsprechend ist das auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Kommen wir zu den Temperaturergebnissen des Arctic P12 PWM PST RGB 0 dB. Den Namen musste man sich auch erst mal merken können. Auf jeden Fall habe ich immer zwei von den Lüftern auf dem Ice Giant Pro Seifen Elite verbaut. Und die Lüfter volle Drehzahl laufen lassen, da der Prozessor sonst zu warm geworden ist. Wie gesagt, ich habe hier die Begrenzung komplett aufgehoben. Das heißt, der Prozessor lag bei 205 Watt und dementsprechend wird er natürlich etwas wärmer. Die Drehzahl beim P12 PWM PST RGB 0 dB war bei 1900 Umdrehungen rum. Beim P12 PWM PST waren es nur 1800. Und der Originallüfter, der auf dem Ice Giant drauf ist, da waren wir bei 2100 Umdrehungen, also knapp davor. Und die Temperatur war im Prinzip gleich. Der P12 PWM PST war ein Grad schlechter, also ein Grad wärmer. Da lagen wir bei 90 Grad maximal statt 89 Grad beim PST RGB 0 dB. Der war da ein bisschen kühler, liegt aber auch daran, dass er 100 Umdrehungen mehr hat. Vom Aufbau sind die Lüfter ja ziemlich gleich. Und somit will ich es auch ziemlich kurz halten. Ja, die Unterschiede sind wirklich marginal hier. Der Hauptunterschied dieser Lüfter ist einfach die Optik. Das heißt, bei dem einen habt ihr RGB und könnt den komplett ausstellen, wenn ihr das möchtet. Und bei dem anderen ist das so nicht möglich. Ansonsten sind sie ziemlich gleich. Das heißt, wenn ihr nur einen Lüfter wollt, um den kühlen Kopf zu bewahren, dann könnt ihr auch zum günstigen Modell greifen. Allerdings sieht der dabei nicht so schön aus. Wie das Ganze sich auf einer Wasserkühlung verhält, wollte ich eigentlich testen. Konnte ich leider nicht. Ein oder anderer hat das ja beim Umbau gesehen auf Discord. Da habe ich dann ein Livestream gemacht, beziehungsweise habe hier das Ganze über Kamera gezeigt, wie ich das montiere. War leider nicht möglich, da mir das Mounting-Kit fehlt. Deswegen habe ich auch den Ice Giant gewählt. Aber auch wenn wir einen anderen Radiator nehmen, beziehungsweise Wasserkühlung oder auch einen anderen Luftkühler, werden die Unterschiede nicht so groß sein. Also da müsst ihr euch nicht so einen Kopf machen. Wenn ihr jetzt irgendeinen High-End-Lüfter benutzt, zum Beispiel Noctua oder was es da sonst noch gibt, da könnt ihr wahrscheinlich schon Temperaturunterschiede feststellen. Aber dieser Lüfter richtet sich meiner Meinung nach nicht auf eine Käuferschaft, die hier die maximale Performance will, sondern einfach nur was Leises und was gut aussieht. Zur Lautstärke übrigens, die Unterschiede sind wirklich marginal. Die Originallüfter waren ein bisschen lauter, aber ansonsten hat man hier kaum Unterschiede gehört, auch wenn man die Drehzahl reduziert hat. Bei 1000 Umdrehungen sind die Lüfter nicht mehr wirklich störend. Und der Silent Enthusiast, der würde jetzt nochmal sagen, okay, das wird mal noch zu laut sein. Dann würde ich auf 600 Umdrehungen runtergehen und dann hört es auf jeden Fall nicht mehr. Ich hatte das Ganze über Nacht auch in meinem Schlafzimmer laufen. Also der Rechner stand in meinem Schlafzimmer und mich hat es nicht gestört. Da waren die Festplatten, die ich da dran habe, etwas lauter. Das soll es auch für das Video gewesen sein. Wenn ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, findet ihr die Links unten in der Beschreibung. Einen Daumen nach oben wäre auch super. Und wenn ihr mich weiter supporten wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.